Ja, jetzt sind wir halt doch noch gekommen. Das noch? Ja, haben wir wollen? Ja, wir haben es uns lange überlegt, ob wir am Ende nicht noch absagen müssen. Ja, das wäre ja noch schöner gewesen. In dem feuchten Wetter ist es für Gustav gar nicht gut zum Ausgehen. Du weisst, er muss sich in Acht nehmen und seiner Gesundheit schauen. Gewiss, gewiss. Du weisst doch, Caroline, dass er gar jeder Verkältung unterworfen ist. Ich bin in der Jugend schon, da wäre er wie ein Haar. Einmal fast gestorben an einem schühligen Katar. Ja, meine Mutter sagt, bei mir ist der Bad bereit. Habe ich schon gehabt, so einen Hustenreiz. Und mit Acht Jahren hat er gespürt im Bauch ein Weh. Da hätten sie mir fast den Blinddarm rausnehmen müssen. Aber der Doktor ist so schlecht und sagt ihm noch, es soll ihm nur ein Zwatschgestein quer kommen. Ich muss gewiss, meine Gesundheit schonen. Ich isse halt keine Makaronen. Sie machen den Vertragkabonen und tun doch bitte auch anbischen keine Zitrone. Ich bin halt krank, es ist nicht zum Sägen. Drei Tage ist er im Bett nicht gelegen. Ich kann gar mengs halt nicht vertragen. Aber machen dich keine Umstände meinen die Wege. Oh bitte, du nötig doch um mich nicht sorgen. Er hat ein Haar-Müsli gegessen heute am Morgen. Sprecht nicht runter. Danke, nein. Ich kann ja kommen. Ach, für mich Gesundheit. Ach, für mich Gesundheit. Würde ich sogar das Leben lassen. Ach, für mich Gesundheit. Ach, für mich Gesundheit. Würde ich sogar mein Leben lassen. Ich kann aus Ohren läuten, so einen hohen Ton. Das habe ich schon bereits seit der Konfirmation. Und das letzte, der Mann bringt das, ein aus dem Häusli doch. Ich glaube, bei mir, ich habe im Trommelfell ein Loch. Am letzten Dienstag sticht ein Wäsch bei mich in Knoden. Seitdem kann ich meine grossen Zähne nicht mehr verrollen. Und jetzt, jetzt kommt bei mir dann noch der Pfnüssel. Kurz um mich zuckt und drückt und juckt, es ist ein Grössel. Ich muss gewiss, meine Gesundheit schonen. Ich esse halt keine Makaronen. Mein Magen, der verträgt keine Bohnen und tue doch bitte auch am Fischen keine Zitrone. Ich bin halt krank, das ist nicht zum Sägen. Drei Tage bin ich im Bett hingeläge. Ich kann gar Menges halt nicht verträgen. Aber machen die keine Umstände meinen die Wege. Oh, bitte tun die doch um mich nicht sorgen. Ich habe ein Birkenmüsli gegessen heute am Morgen. Ich spreche nicht, aber danke, nein, ich habe ja gehabt. Ich habe ja gedacht, ich bin, ich bin, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind. Ahem, 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 ahem. Ahem, ahem.